Welcome to the fire, I'm the one with the fire. Hi Freunde, herzlich willkommen zu Ihnen outside EU Podcast, Folge Nummer 162. Ich bin Wimel Yassir und das ist der Marco. Hallo. Und mehr oder weniger gleiches Thema, aber wieder heimisches Setting im Gegensatz zur letzten Podcast. Gewohnten vier Wänden. Genau. Ja, wir sind zurück aus Berlin. Wir haben ja sozusagen, ich habe ja schon ewig nicht mehr gemacht, dass wir zwei Folgen in der Woche hatten. Selten, ganz selten. Also ich glaube Anfang des Jahres mal, aber dieses Jahr eher selten. Wobei es zählt ja jetzt auch nicht so ganz für diese Woche, sondern eher für letzte, weil dann sozusagen Samstag und Sonntag haben wir eine Kurzfolge rausgebracht, wie uns diese Zirkusvorstellung in Berlin mit dem Handstand gefallen hat, aber zum damaligen Zeitpunkt standen ja sozusagen noch zwei Auftritte an, die wir uns noch anschauen wollten. Genau, und die waren auch nochmal richtig gut, komplett unterschiedlich. Genauso eigentlich wie am ersten Tag. Wir waren ja auch zwei komplett unterschiedliche Vorstellungen, aber auch beide irgendwie sehr, sehr gut. Also sehr, sehr berührend teilweise und auch sehr, sehr, naja, von dem, was dargestellt wird und was transportiert wird. Und auch, was wir schon angesprochen haben, von dem Spiel mit dem Publikum und so weiter, war das schon nochmal sozusagen eine Lehrstunde. Auch für uns, wie man mit dem Publikum oder generell mit seiner Performance Publikum begeistern kann. Ja, fand ich total faszinierend mit, was für Mitteln. Also wir haben ja vorher schon gesagt, dass am Tag vorher war ja diese eine Vorstellung ja draußen und die hatten ja gar nicht diese Möglichkeiten, jetzt viel mit Licht oder sonst noch was halt zu machen. Und eben im Zirkuszelt schaut das Ganze natürlich nochmal ganz anders aus. Und das fand ich eben auch so, wow, auf was für Sachen Leute kommen. Ich meine, klar, das sind professionelle Performer, aber auf was für Sachen sie kommen, was man machen kann, um etwas halt rüberzubringen. Das ist ja schon richtig krass mit so einfachen Möglichkeiten. Ja, und dass die einfachen Möglichkeiten jetzt nicht im Weg stehen müssen. Dass man jetzt draußen sagt, okay, wir performen draußen, wir haben jetzt kein Licht. Alle anderen haben ja sehr viel mit Licht gespielt, mit Dunkelheit, mit verschiedenen Farbegewogenen, Blitzen zum Teil. Und das kannst du draußen halt gar nicht. Das heißt, du musst irgendwie mehr das Publikum über deine Art begeistern, weil die Hilfsmittel weniger werden. Ich meine es jetzt eigentlich nochmal genau andersrum, auch jetzt im Zirkuszelt. Jetzt kannst du natürlich sagen, okay, die haben jetzt Sound und sie haben jetzt Licht, aber es ist ja auch nicht so, dass es jetzt ein komplettes Orchester gewesen wäre oder jetzt auch Licht ist ja da auch irgendwo begrenzt. Sie haben ja jetzt nicht die Möglichkeiten, die du zum Beispiel jetzt beim Film hast oder ähnliches. Und trotzdem finde ich, dass es krasser ist nochmal, wie wenn ich jetzt etwas in einem Film gesehen hätte. Also so meine ich. Ja, da bist du irgendwie live dabei. Dieses Live dabei macht schon einen Unterschied, wie nur auf dem Bildschirm anschauen. Du siehst ja räumlicher, weil alles, was du auf dem Bildschirm siehst, siehst du eigentlich in 2D. Aber wenn es 3D irgendwie gefilmt ist. Aber wenn du halt vor Ort bist, siehst du diese räumliche Dimension auch noch. Ich glaube, wir haben direkt danach ja darüber gesprochen, dass es ja das eine ist, für dich was zu turnen, aber dann auf einer Bühne auch die Bühne zu füllen. Die Bühne hat einen gewissen, keine Ahnung, lass die 8 Meter groß sein, nur so als Beispiel. Dann musst du die irgendwie befüllen, weil wenn du immer nur auf einem Punkt stehst, dann nimmt es den Sinn von der Bühne weg. Und weißt, was ich auch krass fand, es gab keinen schlechten Platz da drinnen. Also du konntest an jedem einzelnen Platz die ganze Vorstellung sehen. Und die haben das so gut gemacht, dass sie eigentlich immer, also alle Vorstellungen jetzt, sich zu jeder Seite so präsentiert haben, dass jeder echt was sehen konnte. Und zwar wirklich gut sehen konnte. Du hattest keinen Pfosten irgendwie vor dir oder ähnliches. Also das war echt tipptopp. Ja, wird dieser Sinn von so einem Zirkuszelt einem schon bewusst, dass man nichts vor sich hat. Ja, aber ich habe es auch schon anders erlebt. Und so meine ich jetzt, ich hatte schon auch, ich war ja zum Beispiel mit Brinny einmal im Zirkus und da hatten wir halt auch uns das sehr, sehr spät überlegt und hatten dann halt Plätze, wo so ein Gestell halt vor uns war, schaust du halt ständig ums Eck. War trotzdem schön, aber ja. Ja, aber das gehört ja auch zu den Performen dazu, das gesamte Publikum einzubinden. Nicht nur nach vorne, sondern dass du links, rechts... Ja, die haben ja auch teilweise mit dem Publikum gesprochen, das fand ich auch schon echt cool. Ja, also da konnte man sich nochmal einiges abschauen. Weil das war genau eigentlich gegenläufig zu der Handsturm-Performance von Wald, das Stück Wald. Die waren ja mehr für sich auf der Bühne. Das Publikum war zwar da und sie haben den ganzen Raum gefüllt, aber die hatten keine Interaktion mit dem Publikum. Das stimmt. Und die anderen drei Vorstellungen hatten jeweils sehr große Interaktionen mit dem Publikum. Hätte auch zu Wald gar nicht gepasst. Genau, genau. Hätte einfach auch nicht gepasst. Da hat man ja echt den Wald angeschaut, so. Wie er sich bewegt. Ja, genau. Also es war ja schon viel mehr jetzt auch Humor oder ja, einfach eine wirkliche, also wie sagt man das, ein Werdegang von den Personen. Also gerade jetzt zum Beispiel das allererste Stück, das wir angeschaut haben, Delusional, das war ungefähr, was war es, eine Stunde circa? Ja, 50 Minuten, würde ich sagen, ja. Genau. Und da haben wir einer Frau zugeschaut. Und ich persönlich finde es ja ein bisschen grundsätzlich schwierig. Also nicht, weil, wie soll ich das formulieren, dass das nicht blöd rüberkommt. Aber einer Person, einer Stunde lang zuzuschauen, finde ich, ist doch nochmal eine ganz andere Performance, wie eine Stunde lang einer Gruppe zuzuschauen. Und ich finde, da hat es die Einzelpersonen wirklich schwer, dass man nicht irgendwann sich denkt so, ja okay. Und jetzt? Und jetzt, genau. Davon lebt ja sowieso so eine Zirkusvorstellung, dass es ja immer Höhen und auch nicht so, also Tiefen ist jetzt das falsche Wort, aber dass es halt so wellenförmig sich präsentiert. Also Spannungsbogen auch, ja. Genau, weil sonst kommen diese Pointen ja auch gar nicht so rüber. Aber insofern, ja, aber diese Show war auf jeden Fall schon mal richtig krass, weil, was die körperlich drauf hatte, das war schon mal, wirklich, die war ja eine krasse Sportlerin, gell? Ja, das auch. Und in einem ganzen Stück ging es drum und ihr eigenes Leben, mehr oder weniger, um ihre Wandlung von Mann zu Frau. Und das war, finde ich, sehr, sehr beeindruckend dargestellt. Ja, voll. Das hat sie echt toll gemacht. Und auch mit Tanz und wie die dann auch geschwankt hat zwischen, oder nicht geschwankt, wie die umgeschalten hat immer zwischen, gehen wie ein Mann, gehen wie eine Frau, mal die Gesichtsausdrücke zu wechseln. War wahnsinnig faszinierend zu sehen. Also deswegen ist es mir auch, a, nicht vorkommen wie 50 Minuten. Nee, gar nicht. Und b, war es auch nicht so, dass was gefehlt hat auf der Bühne. Weil die anderen waren ja immer zu mehreren. Einmal zu zweit, einmal zu sechst und einmal auch zu sechst. Genau, und sie war allein. Und das war schon auch faszinierend, wie die trotzdem den ganzen Raum eingenommen hat. Auch durch das Tanzen und durch das Schwingen an den Aerials hat die natürlich auch den ganzen Raum auch gefüllt. Und das ist das, was ich vorher gemeint habe. Wenn die jetzt nur in der Mitte stehen blieben wäre, dann hätte was gefehlt. Aber sie hat den ganzen Raum eingenommen. Und das war super beeindruckend. Ja, und weil sie ja auch so viele verschiedene Kostüme ja hatte. Also je nachdem, was sie auch eben anhatte oder eben auch nicht anhatte. Das hat so dermaßen viel mit der Performance gemacht und eben auch mit dem Licht in dieser Mischung und der Musik dazu. Und zwischendrin hat sie dann auch wieder einfach nur jetzt gesprochen. Die Stimme, die sie da einfach auch verwendet hat, die war ja sensationell. Weil also so dieses ganze Zusammenspiel, also der hat man echt gerne zugeschaut. Einfach auch, weil sie, ja diese Mischung aus, was sie wirklich konnte, war beeindruckend. Aber eben auch, wie sie es rübergebracht hat. Und die Mischung, die war echt, ja, richtig krass. Kann man nicht anders sagen. Ja, die Interaktion war auch gut mit dem Publikum. Weil sie auch da ein bisschen mitgespielt hat, mit diesem Publikum mal schocken oder wirklich so zu packen. Und sie war auch lustig teilweise. Also da war alles drin. Auch von den Emotionen her war alles drin. Ja, das stimmt. Ja, und diese andere Performance, All Genius, All Idiots, die kam dann sozusagen danach. Und es war ganz witzig, weil den Tag davor, als wir Wald angeschaut haben, haben wir ja von dem anderen Zirkuszelt ja so ein bisschen diese Musik schon mitbekommen. Und da muss man ganz ehrlich sagen, da hat man, weil man ja keine Bilder dazu hatte, schon teilweise gedacht so, okay, freaky. Ja, genau. Also ich finde, das trifft so am besten. Man konnte das so gar nicht zuordnen, was da am Tag drauf so auf einen zukommt letzten Endes. Und mir persönlich ging es auch am Anfang der Show so, dass das so, die hat sich so entwickelt, diese Show, von so ein bisschen, ich weiß nicht so recht, was die da machen am Anfang, bis zu einfach nur wow zum Schluss. Ich weiß nicht, wie es dir da ging. Ja, das war ja schon komisch, wie sich das Zelt gefüllt hat nach dem Einlass. Haben die ja quasi schon performt. Also die hingen auf der Bühne rum, haben komische Animal Crawls oder was weiß ich was gemacht, der quasi das Ganze aus Sicht der Gruppe geleitet hat, saß auf dem Pole ganz oben. Mit so einem Elchkostüm, hat Gitarre gespielt. Ganz schräge Gitarre und dazu gesungen, wie so in so einem schlechten Irish Pub, so ein bisschen. Ja, halt aber mit einer guten Stimme. Genau. Und man hat dann nicht gewusst, wann geht es jetzt los. Also gefühlt lief es schon. Und dann so dieser klare Beginn, der war schon mal nicht da, das ist ja schon mal außergewöhnlich. Und dass die, die unten waren, auch mit dem Publikum gespielt haben, wie das so reingekommen ist. Also das war schon faszinierend, weil normalerweise hast du ja gerade bei Vorstellungen, bist du gewöhnt, okay, es gibt irgendeine Ansprache oder auch nicht und dann geht es los. Und das war ja auch schon so fließend, dass du nicht gewusst hast, gehört das jetzt schon dazu. Albern die nur rum, ist es Teil der Performance, ist es Teil vom Programm. Das hatten wir ja am Samstag auch schon bei dieser Performance draußen. Da ist er ja auch mal so um das Ding so rumgejoggt und hat dann halt so die Zeit angekündigt, wie lange es jetzt noch dauert. Also ich glaube, dass das ja schon, so viele Zirkusvorstellungen habe ich jetzt nicht besucht, aber ich finde es eine gute Idee, wenn man dann einfach schon mal vorab ein bisschen Spannung erzeugt und das Publikum schon mal ein bisschen auf seine Seite bringt. Ja, und die es halt nicht warten lässt. Einfach nur da sitzt, schwarze Bühne anschaut oder so, ist das irgendwie blöd. Da hast du schon so, da fällt dir mehr zum Kritisieren wahrscheinlich auf, weil du wartest. Ja, warten mag ja kein Mensch. Und ich glaube, bei Zirkus allein lösen es das ja, dass die Clowns immer irgendwas machen. Die gehen ja zum Teil ja durchs Publikum. Zumindest, wo wir geschaut haben, ja. Genau, dass du da auch ein bisschen Spannung erzeugst. Ja, und dann, was ich halt auch so krass fand bei dem All Genius, All Idiots, wie die halt alle musikalisch drauf waren. Da hat ja jeder irgendeinen musikalischen Beitrag geleistet. Und das unter solchen Bedingungen da zu schnaufen und trotzdem noch zu performen, das ist ja körperliche Arbeit hoch 10, was sie da verrichten. Ja, da müssen die Skills schon echt sicher sein, gell? Ja, und dass die auch alle ein Instrument gespielt haben und die Musik wieder auch live entstanden ist. Nicht wie bei manchen anderen Vorführungen. Bei Wald zum Beispiel kam sie ja klar, hat die Technik eingespielt, die Musik dazu. Aber die haben quasi alle Instrumente live performt und zum Teil Hintergrundmusik auch live geloopt mit entsprechenden Geräten. Was nicht heißen soll, dass die, wenn die das technisch einspielen, nicht der Techniker da hinten auch drauf arbeiten. Aber ja, nee, das war schon richtig cool. Also das Beeindruckendste fand ich, der, der viel gesungen und auch gesprochen hat, hat ja ein anderer auf ihm quasi Kopf auf Kopf, Kopfstand gemacht und er hat trotzdem gesungen. Ja, stimmt. Also unter dieser Kompression, dass jemand auf dir drauf ist, du ausgleichen musst. Und du es trotzdem noch schaffst, du hast, dass der Stimme null angehört, dass er jetzt in den Stress hat. Da war auch eine, Entschuldigung, so eine, was war das denn? Der hat den Indien-Handstand oben drauf, also so ein Hand-to-Hand-Handstand haben die halt gemacht. Und ich weiß jetzt, das kann man immer so schwer sagen, ob es so absichtlich fast schief gegangen wäre und er hat ihn dann sozusagen nochmal wieder hochgehievt oder ob es halt wirklich so war. Das weiß man ja immer bei denen nicht, weil manchmal wollen sie es ja auch extra so aussehen lassen. Also auf jeden Fall war das richtig cool zu sehen, weil der ist sozusagen fast ein bisschen vorne übergepurzelt und dann hat er den noch so hochgeshoulder-pressed. Ja, der hat den quasi wie im Front-Rack gehalten, wie zwei Kettlebells so ungefähr oder zwei Dumbbells. Und dann habe ich es auch gesehen und dann hat man gedacht, naja, schaffen sie es jetzt nicht. Und dann hat er aber relativ easy und der hat mit Sicherheit auch 60 Kilo gehabt, 65. Ganz easy hochgedrückt. Und das ist eben das. Wir haben aber ein weiterer Wald drüber gesprochen. Weil man ja dann bei einer Handstandsache erwartet, die stehen alle immer im perfekten Handstand. Aber sie haben ja einen Wald simuliert, wo sich die Bäume sozusagen die Äste bewegen und so weiter. Und dass man dann im Nachhinein erst kapiert, okay, jeder nicht perfekte Handstand ist genauso Absicht. Das ist nicht, weil es mal nicht klappt, sondern es ist genauso geplant. Naja, perfekter Handstand ist ja im Sinne von nur das, was halt die Leute halt als Handstand kennen. So nach dem Motto, ja, Beine möglichst gestreckt und zusammen. Ja, aber ich glaube auch viel davon war natürlich, wir haben es jetzt so leicht schräg von der Seite gesehen, was ja dann die Impression direkt von vorne ist. Das ist ja dann auch so von der Choreografie genauso gelegt, dass zum Beispiel auch wenn die hintereinander stehen, da gibt es ja dieses eine krasse Bild da, wo man wirklich jede Hand und jeder Fuß bei jedem, der hinter ihm steht, auf einer anderen, wie sagt man, der Ziffer auf der Uhr stehen würde zum Beispiel. Ja, von Wald gibt es natürlich einen Trailer, den verlinke ich euch da oben. Den muss man sich mal anschauen, dass man sieht, was da passiert. Ich glaube vom letzten von Old Genius, Old Edie jetzt auch, verlinke ich auch. Also das sind so, auf so vielen Ebenen ist das cool. Nicht nur das Artistische, wo wir, da haben wir auch viel mit dem Körper machen, ein bisschen einen Verwandten dazu haben, aber auch wie sie es präsentieren. Das ist nochmal eine ganz andere Hausnummer und da haben wir ja schon gesagt, was macht jetzt einen guten Performer aus oder was macht einen guten Artisten aus. Und wir sind ein bisschen zu dem gleichen Entschluss gekommen, dass es nicht zwangsläufig der der beste Artist ist oder das lässt sich generell auf den Sportler übertragen, der die beste Technik hat, der das meiste Repertoire hat, sondern der, der es am besten rüberbringt, der die beste Performance abliefern kann, on point mit dem Publikum spielen kann und so weiter. Und das sieht man ja im Sport auch oft. Da viele gute Sportler, aber es gibt immer ein paar, denen schaut man lieber zu, weil sie irgendwie entweder sich anmutiger bewegen oder mit dem Publikum manchmal spielen. Ja, voll. Da denke ich gerade an den Flo bei seiner Performance hier, wie er immer zu Like a Prayer seine Lifts gemacht hat. Das war total cool. Ja, das schaut man dann echt gerne an einfach, weil man so denkt, ach, jetzt ist der und der wieder dran. Ja, man leidet viel mehr mit, als wenn die so unnahbar sind in ihrem eigenen Kosmos. Ja, das war schon sehr beeindruckend, da zu sehen, was die unter Belastung dann auch machen und wie sie es auf der Bühne koordiniert kriegen. Und der eine Dude zum Beispiel, der auch bei All Genies, All Edies dabei war, hat ja eine Weste, falschrum an, ne, eine Jacke, genau, so ein Sakko. Und das war ja dementsprechend dann auch bemalt und dann halt noch eine Maske halt hinten auf dem Kopf drauf. Und dann hat er sich halt mit dem Rücken zum Publikum gestellt. Und dann im Prinzip stand er da einfach. Und dann stand er wieder anders. Und dann stand er, es sah so krass aus, einfach, weil es natürlich so aussah, als wären ihm die Arme und die Beine irgendwie verbogen. Und je nachdem, wie er dann seinen Kopf bewegt hat, zu den Situationen, was die Performer halt gemacht haben, die er natürlich gar nicht gesehen hat, aber es war ja einstudiert. Und es war, als hätte er so halt drauf reagiert, was die halt da vorne machen. Also ich meine, er hat ja reagiert. Aber es sah einfach krass aus. Ja, und vor allem, wo man sich denkt, der macht ja eigentlich nichts. Aber der ist ja voll im Geschehen drin. Echt, das denkst du? Nein, du siehst ihn halt quasi nur stehen. Weil sich die anderen im Vordergrund bewegen, wirkt es halt relativ statisch erst einmal, wenn er da im Hintergrund ist. Du siehst ja doch die weiße Maske, hast ihn halt deutlich gesehen, Hinterkopf. Aber die vorn haben ja, keine Ahnung, komische Sachen gemacht, im Handstand und rumgehüpft und sonst was. Und dann zu checken, der im Hintergrund, der sich immer nur so ein paar Zentimeter bewegt. Für mich war es voll das Dilemma vom Zuschauer her. Ich dachte ja immer so, schaue ich jetzt ihm dazu mit seiner Maske oder schaue ich jetzt eigentlich auf die Action so vorne? Das war echt so, hin, her, hin, her, hin, her. So, ja, nichts verpassen. War auf jeden Fall catchy. Das ist der große Unterschied zu dem, was du vorher gesagt hast, dass es dir schwerfällt, nur eine Person anschauen, weil vermeintlich wenig passiert. Aber ich finde, da kann man besser zuschauen. Wenn mehr auf der Bühne passiert, wo schaust du dann hin? Ja. Also es ist dann oft ganz schwierig, was nicht, gefühlt nicht zu verpassen. Weil du nicht siehst, was macht denn derjenige gerade, wenn du einen fixierst, weil du das gut findest, verpasst du was anderes. Und bei einer Person hast du das immer. Ja, ich finde, das ist sowieso, auch wo wir bei Cirque du Soleil waren, wann war das das her? Puh, zwei, drei Jahre? Ja, das war vor Corona. Das war genau die Woche vor Corona. Okay, also noch länger. Und da finde ich es auch immer so krass, weil ja so viele Leute auf der Bühne sozusagen sind und wie die halt immer da gucken und reagieren und jeder hat eine Meinung zu dem, was gerade passiert. Und das gefällt mir so gut, wenn man das eben anschauen kann, wie da jeder Einzelne in seinem Charakter ja ist. Gleich, was wir ja auch schon bei dem Handstanding gesagt haben. Man hat wirklich gecheckt, dass jeder Darsteller seinen eigenen Charakter hat. Und das hat sich durchgezogen, bis in diese ganze Show durch. Ja, was du halt das Glück vielleicht hast, wenn du mit mehreren performst, dann fallen kleine Fehler nicht so auf, weil du nicht immer die hundertprozentige Aufmerksamkeit hast. Naja, oder total, weil alles von dir abhängt. Naja, wenn was Synchrones natürlich, aber so wie bei Old Genie Solid, wo die alle auf der Bühne rumtollen, fällt es vielleicht mal nicht auf, wenn da irgendwas nicht so passt. Wohingegen, wenn du allein in der Arena stehst und volle Aufmerksamkeit hast. Es gibt schon nochmal eine andere. Glaubst du, dass es das echt überhaupt noch gibt? Weil jetzt, wenn du mal die Dudes anschaust, die haben ja das Ganze jetzt acht Jahre performt. Das war übrigens die aller, allerletzte Vorstellung davon. Ja, von dem Programm. Was ich auch ein bisschen dann traurig natürlich fand. Aber wenn sie es schon acht Jahre machen, dann werden sie wohl jetzt was anderes auszüfteln wollen. Verstehe ich auch. Was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Ja, jetzt habe ich es vergessen. Ja, dass die sowieso auf der Bühne quasi keine Fehler mehr machen. Genau, weil wahrscheinlich ist es so lang. Und zweitens, von der Routine her, sind das wahrscheinlich eh Dinge, die gewählt werden, die sie aus dem FF immer beherrschen und eben auch jederzeit noch retten können. Wahrscheinlich, ja. Weil was soll ja schon noch schief gehen? Das ist nichts, was im Training mal schief geht, sondern das klappt immer. Das merkt ja auch das Publikum nicht. Ob der eine jetzt, gerade wenn er da seine Akrobatik-Sachen am Boden macht, ob er da jetzt eine halbe Schraube mal irgendwo weglässt oder nicht, das fällt ja gar nicht auf, wenn man nicht die Choreo weiß. Ja, und das weiß auch keiner das Programm. Und selbst wenn du es schon mal gesehen hast, fällt es dir trotzdem nicht auf, weil eben so viel passiert. Ja, voll. Das heißt, du konntest ja als Artist wahrscheinlich nach Tagesform auch ein bisschen anpassen. Oder was wir ja ganz viel gesehen haben, das ist ja sau anstrengend, dann sind die ja im Rampenlicht, dann war es ja schon Sommer und zum Teil sehr, sehr heiß, wenn der Boden dann rutschig wird oder verschwitzt ist. Also ich meine, die hüpfen im Handstand, fallen, irgendwas, und dann musst du ja auch darauf reagieren. Wenn es dir da zu nass ist, dass nichts passiert, musst du auch vielleicht damit deinen Spot ändern. Und dann musst du deine ganzen Mitstreiter müssen ja dann auch schauen, ah, okay, er ist jetzt einen halben Meter woanders. Das ist ja alles einstudiert mit Platz auf der Bühne. Ja, stimmt. Mit dem einen, der auch immer diese Mathe da verrutscht ist, dann hat er sich immer so alibimäßig wieder irgendwie so zusammengestellt. Er war ja nicht, war es ihm total wurscht, ob die Mathe da steht oder nicht. Ich glaube, ich habe mich oft gefragt, ob das ihn jetzt stresst. Das war bei der ersten Vorstellung, dieser 80er-Jahre-Verarschung, mit, ja, der schon mal einen Backflip macht und so Geschichten. Und ob ihn das stresst oder ob der einfach nur da liegt, um Teil der Show zu sein, dass sich die Leute denken, oh krass, jetzt ist ja die Mathe verrutscht. Hoffentlich geht es jetzt weiter, hoffentlich tut das in den Wehen so ungefähr. Ob das diesen Spannungsbogen oder mehr... Das glaube ich auf jeden Fall, weil ganz im Ernst, wenn der da, also theoretisch, er würde runterfallen. Was hilft ihm da diese kleine, dünne Matte? Nichts. Gar nichts. Also ich glaube, die ist wirklich nur alibimäßig so, dass er die halt da hat. Und vielleicht sogar, damit das Publikum jetzt genau das sagt, boah, jetzt ist die Mathe verrutscht, ist es dann nicht irgendwie jetzt schwierig, wenn er drüber springt und wenn die ihm jetzt auch noch wegrutscht, so, dass das halt so diese Klitzekleinigkeit an... Genau, weil das hat ihm natürlich gedacht beim Zuschauen. Ja, schau. Jetzt ist die Mathe verrutscht. Hat er schon sein Ziel erreicht. Hoffentlich richtet er das Herz oder springt er trotzdem und er ist ja genauso trotzdem gesprungen, weil es ihm mit völlig Latte war, ob da jetzt irgendwas passiert ist oder nicht. Ja, vielleicht schaut das dann einfach nochmal nach mehr aus, weil die Mathe da steht. Ja, wie wir ja schon gesagt haben, die waren ja draußen, die hatten nicht so Möglichkeiten mit Licht und Effekten zu spielen, dass sie vielleicht das dann eingebaut haben. Oder man muss es so haben, weil sie sonst nicht versichert sind oder so. Weiß man ja auch nicht. Naja, nicht versichert. Und der Old Genius, Old Idiots, hat der auf diesem, wie hoch wird dieser Pole gewesen sein? Fünf Meter geschätzt, vielleicht sogar sechs, weil die ja zu dritt übereinander drauf waren. und da war eine Plattform, so Familienpizza-Durchmesser und da hat der oben den Kopfstand gemacht, also nur mit dem Kopf auf dieser Plattform. Das stimmt, das war krass. Nicht mit den Händen da festgehalten, sondern nur auf dem Kopf auf sechs Meter Höhe, völlig ungesichert, als wenn er es jeden Tag machen würde. Ja gut, der wird es jeden Tag machen. Macht er halt auch, gell? Wahrscheinlich, macht er auch. Ich fand es eh krass, weil man sieht ja so ganz oft, ich kenne mich ja immer nicht aus, wie diese ganzen Sachen da heißen, aber wenn die da durch die Gegend schwingen, dann haben ja super viele dann irgendwelche Straps an den Händen oder ähnliches, wir haben ja gar keine Hilfsmittel da jetzt gesehen. Also nirgendwo irgendwelche Straps oder irgendwelche Griffhilfen oder sowas, die manchmal ja so versteckt sind, gar nichts dergleichen. Auch keine Sicherungsteile, nichts. Ich meine mal gesehen zu haben bei Old Genie solidiert, dass die mal im Vorbeigehen, die haben mal so Utensilien auf der Bühne gehabt, mal so ein bisschen Chalk auf die Hände getan haben. Also das habe ich bei den anderen Vorstellungen nämlich auch nicht gesehen. Die hat es ja auch nicht gebraucht, für den Handschern hätte es nicht gebraucht und vielleicht haben sie ja die Cains ein bisschen gechalkt, aber ich glaube nicht mal das. Ja, aber gerade Handstand brauchst du doch, da schwitzt es nicht. Die, glaubst du? Ja, weiß ich nicht. Du machst ja ab und zu Handstand. Ja, es gibt schon Leute, die sich Chalk drauf machen. Also gerade so für einen einheimigen Handstand soll das ja viel helfen, aber ich bin da ja kein Experte, weil es ist ja jetzt nicht so, als würde ich zehn Sekunden im einheimigen Handstand stehen. Die Experten haben wir angeschaut. Ja, aber dann ist es, da sind wir wieder beim Punkt, das ist ja so weit unter ihren Skills, das ist ja wie, wenn du zu mir sagst, kriege ich noch einen Toast überhin und eine Chalk an den Händen. Kriege ich auch hin, brauche ich nicht. Und da kann ich auch rutschen und ich kriege es trotzdem hin. Ja, das ist das, was, das haben wir glaube ich im letzten Podcast noch nicht angesprochen, aber wir haben viel darüber gesprochen an dem Wochenende, wie weit skilltechnisch das, was auf der Bühne passiert, von dem ist, was sie eigentlich noch können. Ja, ich glaube, ein ganz, ganz geringer Prozentsatz. Ja, aber trotzdem ist es ja für das, was sie auf der Bühne zeigen und wir uns anschauen und denken, boah. Ja, klar. Das ist halt so. Das sind ja Profis, gell? Richtige Profis. Ja, aber ich fand es also wirklich sehr, gerade die vier Shows, ich glaube, das war tatsächlich das Beste, was wir machen haben können, uns wirklich vier anzuschauen. Das sind vier komplett unterschiedliche Themen, unterschiedliche Performances, unterschiedliche Gruppenstärke draußen drin. Also wirklich alles, mal ein bisschen ernster, mal ein bisschen schräger, also wirklich alles drin und diese unterschiedlichen Arten, wie eine Performance super rüberkommt. Ja. Durch das, dass die jetzt bei Wald zum Beispiel ja gar keine Interaktion mit dem Publikum hatten und es ja auch nicht gesprochen wurde. also es war ja nur quasi Pantomime sozusagen und die Musik dazu und wohingegen dann die andere alleine auf der Bühne steht, singt, ihre Geschichte erzählt und bei Old Genies und Lidgets die quasi komplett durchdrehen eine Stunde lang. Ja. Also dieses, wie viele verschiedene Arten es gibt zu performen oder das Publikum zu unterhalten oder eine gewisse Art von Athletik oder Akrobatik an den Mund zu bringen. Ich habe ja dann eine total vogelwilde Idee gehabt, die ich ja, also ich weiß nicht, wie weit die durchsetzbar ist. Soll ich es erzählen? Ja, klar. Also ich habe mir gedacht, so inspiriert von dem Wochenende, ob man halt so eine kleine Gruppe hier in der Box zusammenstellen könnte und dass man eben so eine, ich kann mich noch nicht entscheiden, ob man irgendwie so eine kleine Performance draus macht oder so einen kleinen Kurzfilm oder was uns halt einfallen würde, dass sich so eine Gruppe halt einmal die Woche gemeinsam trifft. Ich weiß ja nicht, ob da eine Stunde ausreichend ist, aber wenn wir da regelmäßig dranbleiben, sollte das ja eigentlich machbar sein. Und dann halt einfach echt irgendwie so ein bisschen brainstormen und dann irgendeine kleine Performance machen und die entweder abdrehen oder halt dann, wenn wir richtig mutig sind, dann in der Box halt sozusagen performen. So bei einer Weihnachtsfeier oder so. Ja gut, das ist klischeehaft. Ja, oder 15-Jährigen, was weiß ich, irgendwas dann darbieten. Und das ist glaube ich der allergrößte Unterschied, da haben wir auch viel drüber gesprochen, was zu üben und für sich zu machen und das zu können, ist alles fein. Das aber on point dann vor Publikum zu machen, ist nochmal eine ganz andere Hausnummer. Und ich glaube, das ist was die Leute, die gerne im Rampenlicht stehen, die dieses Performen so können, unterscheidet von uns, die wir uns vielleicht auch ganz okay bewegen, aber es vor Publikum zu demonstrieren, ist schon eine andere Hausnummer. Aber schau mal, das ist jetzt ja schon drei Schritte weiter, da gebe ich dir vollkommen recht, das ist schwer, aber ich wäre ja schon total stranded bei, was ist das für eine Geschichte? Also mir eine Geschichte auszudenken, aber da hoffe ich ja dann auf eure Hilfe. Also für die Leute, es muss doch irgendjemand Kreatives dann dabei sein, der dann den Teil übernimmt. Ja, und das ist das, was man ja auch vergisst. Die Performance ist das eine, das Ganze einfach zu planen, sich zu überlegen, die Musik zu schreiben und, und, und. Naja, Musik schreiben hätten wir ja vielleicht jemanden, da haben wir halt jemanden, der sich eine Geschichte überlegt und dann irgendwie umsetzen, glaube ich, das würden wir hinkriegen mit so Ideen. Vielleicht haben wir ja jemanden, der schon mal eine Choreografie für irgendwas gemacht hat. Ja, oder irgend so ein kleines, also so eine Mischung aus Theaterstück und Zirkus, ich weiß nicht, irgendwas, was wir schaffen können. Das muss ja simpel sein. Ja, simpel muss ja nicht schlecht sein. Genau. Das kommt ja dann auf den Übertrag an. Vielleicht steckt dann im einen oder anderen von euch der geborene Performer, der das irgendwie machen will. Ja. Das erinnert mich. Ich lasse jetzt mal so stehen, wir werfen jetzt mal so in den Raum. Vielleicht ist das ja eine Idee, die sich entwickelt und wenn der ein oder andere da Bock drauf hat, dann spreche ich mich auf jeden Fall mal in der Box an oder schreibe mir auf Instagram oder Ähnliches, aber das ist jetzt irgendwie so ein Gedanke, der mir, der ist jetzt da. Bisschen in deinem Kopf. Ja. Schauen wir mal, wie lange es anhält, ob das jetzt nur der Hype nach dem Zirkus ist oder ja. Wir haben ja schon mal dieses kleine Halloween-Spaß-Video da gedreht, wo ich aus dem Reifen rausgekrabbelt bin. Verlinke ich euch. Du mal mit einem verlinken. Ja, weil es gibt ja viele, die es vielleicht noch nicht gesehen haben. Ja. Es kommen ja immer wieder neue dazu. Und das war ja sozusagen auch das erste Mal, dass wir irgendwie sowas in die Richtung gemacht haben und ja, war jetzt mit einfach, aber es hatte ja immerhin eine Geschichte, auch wenn es die Geschichte doof war, ja, da kraxelt einer aus dem Reifen raus, springt kurz an die Wand, dann kraxelt sie wieder raus, holt sich eine Kettlebell, schleppt die Kettlebell in den Reifen und das war's. Aber immerhin. Das war halt angelehnt an der Ring. Ja, egal. Aber sowas, deswegen sage ich ja, das war jetzt irgendwie auch simpel, hat aber trotzdem Spaß gemacht, einfach mal so zu machen, auch wenn ich da maßlos überfordert war mit am Anfang so, ja, okay, wie geht man denn da jetzt überhaupt aus dem Reifen, dass das einigermaßen creepy ausschaut, bis du dann zum Beispiel gesagt hast, ja, musst du mal die Hände nach innen drehen und solche Sachen, weil man ja irgendwie da ja gar keinen Verwandten damit hat, wenn man sowas auch nicht gemacht hat oder weiß ich nicht, dann hüpfe du da raus und es ist so ein bisschen dunkel und das jetzt nur, ich hüpfe auf so einem Reifen raus und finde es schon komisch, wenn die Haare im Weg sind und eben draußen dunkel ist und andere springen da eine Stunde lang im Dunkeln im Handstand durch die Gegend und wirklich auch springen, also springen auf den Händen oder so, ist gar kein Problem. Ja, oder stellen sich als Sechser-Gruppe komplett stockfinsteren in den Handstand und warten, bis das Licht angeht. What the fuck? Ich muss ja sagen, ich habe so ein bisschen, als sie sich warm gemacht haben, gestalkt. Stimmt, du wolltest immer pieken. Ja, ich wollte echt so ein bisschen so sneak pieken. Da habe ich mir gedacht, hey, wie machen die dich jetzt eigentlich warm und so und was passiert da jetzt so da drinnen und ich konnte ja nicht viel sehen, aber eine Szene habe ich dann auch gesehen, wie sie halt dann so nebeneinander standen und dann der eine halt wirklich mit dem Fuß so den anderen so lange halt so gestupst hat oder halt gesucht hat, bis er den halt gefunden hat und dann haben sie so eingehakelt und dann standen sie halt dann da so. Ja, war natürlich dann nachher auch, haben sie ja auch öfter dann gemacht, aber es war so lustig, wie, also die haben sich einfach gegenseitig geschubst, bis sie sich halt irgendwie im Dunkeln gefunden haben, so nach dem und so und dann, ja, standen sie halt da rum. also die werden mir auf den Füßen stehen. Faszinierend. Das ist ja ihr Job. voll gut. Ja, gerade dieses Handstand, das haben wir ja am Samstag angeschaut und Sonntag waren wir dann ja noch ein bisschen in Berlin unterwegs und waren, naja, die Jassi war, sagen wir mal, inspiriert davon. Das stimmt doch überhaupt gar nicht. Ja doch, und dann haben wir am Sonntag so ein bisschen, wir haben, ich habe euch so ein kleines Video gemacht für eine Minute, Handstand in Berlin, wo die Jassi eben motiviert war, das ein bisschen zu probieren an verschiedenen Orten. Das muss man definitiv, also diese Aussage muss ich korrigieren, weil klar motiviert es mich voll so fürs Training, dass ich mir halt sage, so hey, geil, und jetzt kriegt man schon natürlich Ideen jetzt in seinem Rahmen, aber genau an dem Tag habe ich mich so gefühlt, als würde ich gar nichts können. So richtig so, hm, ja gut, wir sind jetzt auch in Berlin und jetzt machen wir halt mal irgendwo Handstand vor so einem kleinen Graffiti und schauen mal, dass wir den halten können, so kleine Brötchen backen. Ist ja auch, ja, war trotzdem auch lustig und ich finde auch für die kurze Zeit, die wir da eben hatten, haben wir eh ein paar ganz coole Locations so gefunden, wo es überhaupt möglich war, wo jetzt gerade mal in der Sekunde keiner vorbeiläuft. Also das ist ja irgendwie auch, nochmal stellt man sich so einfach vor, aber dann stehst du halt dann irgendwie so da und dann kommen 10.000, es sind 10.000 jetzt nicht, aber halt super viele Leute irgendwie vorbei und dann hast du kurz eine Minute, ja okay, dann so und so, ja der Pfosten passt nicht, da passt der Boden zum Beispiel nicht, ich stand da die ganze Zeit in so einem, da in dem Gras, das war immer so, ging so bergauf und ich habe es nie geschafft, dass ich die Hände irgendwie so hinstellen kann, dass ich dann in irgendeinen Winkel hochgekommen bin zum Beispiel. Das war irgendwie, also so Kleinigkeiten, wo man sich denkt, ja das kann ja nicht so schwer sein. Stehst da und schwingst hoch und schwingst hoch und schwingst hoch und schaffst das nicht. ja und dass man halt auch sieht, wie du schon sagst, dass man nicht so viele Leute vorbeikommen, wie viel Stress einem das macht. Voll. Und jetzt stellst du dir das auf der Bühne vor, wo, keine Ahnung, 300, 400 Leute zuschauen. Ganz schlimm. Also da musst du dein Skills sehr, sehr sicher sein. Was ja total erschmarrn ist, keiner von diesen Menschen, die da jetzt vorbeilaufen, sehe ich wahrscheinlich in meinem Leben wieder. Trotzdem ist es irgendwie komisch. Von denen können wahrscheinlich 1% maximal einen Handstand oder haben es schon mal probiert. Das heißt, du bist sowieso, es gibt ein, wenn ihr das Video gesehen habt, wo die Jassi vor einer Uhr quasi Handstand macht und man sieht es nicht, weil ich reingezoomt habe, aber da sind original beim Drehen tatsächlich 4 Leute vorbeigegangen. Die ersten mal gedacht haben, ja was machten die da und dann stand die Jassi plötzlich im Handstand und dann hat man richtig gesehen, wie die Reaktionen mussten wir einfangen. Das ist eigentlich viel lustiger. Kinnlade so runterfällt und so krass. Und dabei ist es, also das ist eben das Krasse. Für mich ist es dann gar nicht krass. Ich denke mir so, ha, wir haben gestern das und das gesehen und ich brauche jetzt 10 Anläufe, bis ich überhaupt irgendwie hochkomme. Ja, super. So denke halt ich, gell? Naja. Naja, aber vielleicht ist es auch genau, wenn man es schon viel übt und eigentlich denkt, okay, für seine Verhältnisse ist man ja schon sehr gut oder gut. Natürlich geht es immer besser, aber wenn man dann halt so eine Performance sieht von den Weltbesten, gibt es vielleicht auch wieder so einen Dämpfer, dass man halt denkt, okay. Also ich dachte vorher schon, dass ich Anfänger bin. Also dazu schaue ich zu viel Instagram. Das trifft jetzt nicht zu, aber ja, ich weiß schon, was du meinst. Man steckt dann irgendwann in seiner Welt so drin und dann kann man sich gar nicht so, also man kann sich schon vorstellen, weil man halt immer, ja, wie schon gesagt, Instagram oder YouTube halt guckt. Aber wenn man es dann wirklich nochmal so live sieht, dann ist das schon mal sehr, sehr, ja, ich meine, wir sind ja nicht ohne Grund hingefahren, eben weil man sowas so selten sieht. Ja. Und ich finde Instagram und YouTube verzerren es halt, weil es ist ja dieser eine Take von 100, der funktioniert hat, aber auf der Bühne hast du keinen zweiten Take. Da funktioniert es oder funktioniert es nicht. und ich glaube, dass die trotzdem auch ein bisschen nervös sind. Meinst du? Ja. Wenn du acht Jahre das selbe Programm spielst? Ich glaube ja. Ich glaube, dass das nicht aufhört. Sage ich jetzt mal so. Warum soll das aufhören? Wahrscheinlich vorher, also beim Volleyball war es schon auch so, wenn du dann halt irgendwie vor diversen Publikum dann Begrüßungen und so weiter, da ist man schon noch irgendwie nervös, weil es ja immer Leute da, aber sobald das Spiel dann losgeht, ist es halt Spiel. Das glaube ich bei denen auch, wenn die Performance läuft, wenn es dann läuft, wenn es losgeht, dann ist es weg. Aber ich glaube, vorher ist es schon immer so ein bisschen so, dafür machen sie es wahrscheinlich auch für ein bisschen den Nervenkitzel, oder? Ja, wahrscheinlich brauchst du es auch. Wenn du das gar nicht hast, dann ist es dir ja wurscht, sozusagen. Und dann, ich glaube, ich bringe es das auch nicht so rüber. Ja, voll. Naja, vielleicht haben wir irgendwann mal die Gelegenheit, dass wir mal mit irgendeinem Performer einen Podcast oder so aufnehmen, dann... Das wäre cool, ja. Das wäre cool, dann können wir uns sowas mal fragen, weil es ist ja echt was, wo wir einfach keine Ahnung haben. Dafür haben wir jetzt aber ganz schön lange Podcast gesprochen für irgendein Thema, wo wir uns wirklich gar nicht mit auskennen. Ja, doch, wir schauen es gerne an. Wir schauen es gerne an, genau. Und wir haben schon mal mit unserem Körper was probiert, was in die Richtung geht. Du denkst... Das ist natürlich nicht so extrem. Ja, das ist unser Podcast, wir können sprechen, worüber wir wollen. Ja, das schon, aber es macht, glaube ich, schon einen Unterschied, ob du irgendwas schon mal probiert hast, eine Performance zu machen oder Akrobatik zu machen, als es immer nur von der Couch aus anschauen. Ja, haben wir ja nicht. Wir haben, das ist ja, finde ich, zwei komplett unterschiedliche Sachen. Wir haben schon trainiert, aber wir haben noch nie performt. So zwei unterschiedliche Sachen. Ja, doch. Wir beide haben schon performt. Ach so ein Quatsch. Du im Reitsport? Das ist kein... Ja, das ist Performen, weil du machst etwas, was dir vorher vorgegeben ist. Performen ist jetzt für mich schon dieses Kreative selber. Ich meine, ich habe vielleicht schon selber eine Kür oder sowas erstellt. Ja, siehst du. Aber da war ja jetzt schon vorgegeben, in dieser Kür müssen diese und diese Lektionen sein und wie du die aneinanderreißt, bleibt dir überlassen. Aber immerhin ist vorgegeben, das wirst du machen. Ja, aber du musst trotzdem deinen Ablauf finden und hast den zu einem bestimmten Zeitpunkt vor einem bestimmten Publikum und den Kampfrichtern abzunehmen. Das stimmt. Ja, das stimmt. Die musst du zu einem bestimmten Zeitpunkt Volleyball spielen oder musst du in der Uni dann diese Jazzdance-Ding da machen. Also das heißt, wir sind da den meisten Leuten schon einen Schritt voraus, indem wir sowas schon mal erlebt haben. Ich kann das gar nicht unterschätzen. Ich glaube, dass das verdammt viele Leute schon mal gemacht haben. Mal überlegen, wie viele Leute haben schon vielleicht in der Schule oder was weiß ich, was Theater gespielt oder einfach mal zum Spaß irgendwo mit. Ich glaube, dass das schon ganz, ganz, ganz viele Leute, also ich glaube, dass die Mehrheit sowas schon gemacht hat. Genau andersrum. Mehrheit glaube ich nicht. Schreibt es mal in die Kommentare, ob ihr irgendwann mal schon mal irgendwas performt habt. Ich mache eine Umfrage. Ja. Da könnt ihr dann hinschreiben oder anklicken, ob ihr schon mal performt habt vor Publikum. Genau. Das interessiert mich wirklich. Ja. Naja, gut. Dann lassen wir es gut sein für heute. Ja, bevor wir noch viel mehr Schmarrn reden. Nächste Woche haben wir ja zwei Top-Gäste. Oh ja, wow. Stimmt. Das wird ein richtig guter. Ja. Das wird echt ein guter. Sollen wir schon verraten? Ja, klar. In dem Fall schon, weil heute sind wir ja, ich bin immer fürs Verraten. Du bist immer fürs Verraten, okay. Nächste Woche kommen der Tim Noack und der Tobi Schiemann. Beide wieder mal im Podcast. Waren ja beide, also der Tobi in seiner Funktion als Moderator, schon zweimal da. und der Tim war ja da wegen Mantahari und beide kommen dieses Mal in der Funktion der Olympia-Moderatoren zu uns. Der Tobi hat ja die Goldmedaille im Basketball 3 gegen 3 moderiert und der Tim die Silbermedaille für die Deutschen im Beachvolleyball und da werden wir halt drüber sprechen, wie es denn so ist, Olympia zu moderieren. Ja, das interessiert mich echt brennend. Mich auch, ja. Da stellst du besser, wenn halt du wieder die Fragen, weil da bin ich da bin ich schlecht dran, bin ich maßlos überfordert. Ach, das kriegen wir schon hin. Okay. Ja gut, Freunde, dann wie immer, wir freuen uns über eine Bewertung bei Spotify, Apple Podcast, YouTube-Kommentar oder Daumen hoch und ja, mal her mit den Ideen und zum Feedback, was ihr von so einer kleinen Gruppe halten würdet, so einer kleinen Spezial... Performance-Gruppe. Ja, Performance-Gruppe. Die andere Art Performance-Gruppe. Die andere Art, genau. Ja, das würde mich echt interessieren. Ja gut, dann bis nächste Woche. Ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao.